Herzlich Willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück. Endlich mal wieder mit Markus Krall, nach langer Zeit einmal wieder. Und lieber Markus, ich hoffe, es geht dir gesundheitlich besser. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Worte dazu sagen. Wie es dir so geht und wie die Tendenz, in welche Richtung die Tendenz zeigt. Ja, ich glaube, man sieht es auch schon ein bisschen, dass es mir deutlich besser geht. Ich bin, jeden Tag fühle ich mich ein bisschen wohler wieder in meiner Haut. Ich habe die akute gesundheitliche Krise auf der Intensivstation recht gut überstanden. Ich hatte ja dann noch eine etwas langwierige Schmerztherapie. Und das Absetzen der Medikamente hat mir dann sozusagen in der dritten Phase noch ein bisschen Probleme bereitet, weil Schmerzmedikamente, die man in hoher Dosis nimmt und dann absetzt, die machen Entzugserscheinungen. Das ist also eine neue Erfahrung gewesen für jemanden, der allen Süchten so abholt ist wie ich. Aber auch das habe ich jetzt gut überstanden und würde mal sagen, bin wahrscheinlich jetzt wieder so bei 75 plus Prozent meiner Leistungsfähigkeit. Meine Motorik ist noch nicht ganz so schnell und so. Also das Mundwerk ist noch nicht ganz so gewetzt wieder wie früher, aber es kommt. Also ich würde mal sagen, da gebe ich mal Entwarnung. Das wird schon funktionieren, ja. Sehr schön. Ja, aber du hast ja auch gesagt, dass du dann ein bisschen kürzer treten wirst nach dem Marathonjahr 2023, wo du Vorträge gehalten hast ohne Ende. Aber ich denke mal, die Mitglieder unserer Atlas-Initiative und viele andere sind jetzt mit gutem Rüstzeug ausgestattet, um selber eben aktiv zu werden, weil es kommt ja auf jeden Einzelnen an, der eben Aufklärungsarbeit leistet. Und du hast es wunderbar überall vermittelt. Und dieses Jahr werden dann eben, du hattest es gesagt, glaube ich, einen Vortrag pro Monat ungefähr so als Richtschnur. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Einmal die provokante Frage. Ich mache mal so einen kleinen Teaser, was wir alles thematisieren werden in diesem kurzen Gespräch. Ob der dritte Weg gescheitert ist, werden wir ein bisschen auf Ludwig Erhard sprechen. Wir werden darüber sprechen, was passiert ist, die Finanzlage der Kommunen, die Baubranche, dann, dass deine Tochter sich aufstellen lassen hat, parteilos. Das werden wir auch natürlich nicht unkommentiert lassen. Und dann richten wir nochmal ein kleines Wort an die Atlas-Mitglieder, was sie vor Ort tun können. Ja, der dritte Weg. Ist er gescheitert? Ludwig Erhard, die soziale Marktwirtschaft wird ihm mal so ein bisschen in den Mund gelegt. Er war libertärer, als man dachte und es stellt sich auch immer mehr heraus, wie so groß der Einfluss von Ludwig von Mises tatsächlich war. Erhard war ein Mensch, ein Sachmensch, ein Wissenschaftler. Er war kein Machtmensch, würde ich sagen. Und 1966, als er dann zuvor Kanzler geworden war und nicht mehr Wirtschaftsminister und keinen Machtmenschen mehr an seiner Seite hatte, der ihm sozusagen, die beiden waren sich ja auch nicht so ganz grün scheinbar, aber der ihm so ein bisschen den Rücken freigehalten hat, als Erhard dann weg war, explodierte die Staatsquote. Und ja, da könnte man die provokante Frage stellen, ob der dritte Weg eben gescheitert ist. Und ich blende es mal kurz ein, wenn ich es dann hier finde, wie sich das entwickelt hat, die Staatsquote. Und wie das eben nach Erhard explodierte. Aber ich finde die Grafik leider gerade nicht. Aber vielleicht kannst du schon mal kurz auf diese Frage antworten, ob der dritte Weg gescheitert ist, ob er überhaupt jemals funktionieren kann. Mises hat das ja abgestritten. Roland Bader hat es später mit besseren Daten noch erläutern können. Aber wie ist deine Meinung dazu? Also meine Meinung ist, dass der dritte Weg mit Krachen gescheitert ist. Nicht deswegen, weil eine Gesellschaft nicht auch sozial sein dürfte, sondern deswegen, weil wenn man die Türe öffnet zu Transfers, zu Begriffen wie sozialer Gerechtigkeit, die Gummibegriffe sind und dergleichen mehr, dann öffnet man die Türe dafür, sie immer weiter aufzumachen. Das ist wie, früher hat man gesagt, der Staubsaugervertreter, wenn er erst mal den Fuß in der Türe hat, dann steht er fünf Minuten später in der Wohnung. Und keine drei Minuten später hat man fünf Staubsauger an der Backe. Und genauso ist es hier auch. Ich glaube, dass Ludwig Erhard diese Sache vollkommen durchschaut hat. Ludwig Erhard hat ausweislich seiner Schriften, seiner Reden, zum Beispiel der Satz, die Marktwirtschaft ist aus sich selbst heraus sozial. Nämlich dadurch, dass sie Wohlstand schafft, ist sie das sozialeste System überhaupt. Sie braucht eigentlich das Wort sozial als Zusatzqualifikation gar nicht. Also soziale Marktwirtschaft ist eigentlich doppelt gemoppelt, weil freie Marktwirtschaft automatisch sozial ist. Das war Erhards Überzeugung. Und wer seine Schriften und vor allen Dingen sein Buch Wohlstand für alle liest, der hat da auch keinen Zweifel dran. Und Ludwig Erhard hat natürlich wie alle, die sich in die Politik bewegt haben, um was Gutes für das Land zu bewegen, Kompromisse schließen müssen. Und einer dieser Kompromisse war irgendwie eine Art dritten Weg zuzustimmen, der in den 50er Jahren noch sehr klein, sehr schmal war. Also wo das Soziale noch sehr, ich sag mal, eingegrenzt war. Ja, aber was dann eben sich verselbstständigt hat. Ja, es hat sich dann verselbstständigt. Denn heute sehen wir, haben wir eine Staatsquote von über 50 Prozent. Wir können auch hier sehen, dass die Explosion der Staatsquote eigentlich schon 1960 losging. Ja, also nach dem Wirtschaftswunder. Die Jahre des Wirtschaftswunders, das sehen wir hier, war 1950 bis 60. Das war der Teil, wo eigentlich die Staatsquote mit 30 Prozent auf Schweizer Niveau war und am niedrigsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ab da ging es eigentlich steil bergauf. 1980 hatten wir dann schon kurz unter 50 Prozent. Dann kamen die Reformen unter Kohl, wo man einen leichten Rückgang hat, aber auch keinen, also nicht einen wirklich dramatischen Rückgang, kann man nicht sagen. Und seitdem ging es eigentlich permanent wieder hoch mit der Wiedervereinigung, dann nochmal mit der Merkel-Regierung. Und jetzt haben wir eigentlich, wenn wir mal richtig rechnen würden, eine Staatsquote von wahrscheinlich 60 Prozent. Und das, was nicht in der Staatsquote ist, ist so durchreguliert, dass man eigentlich von einer freien Wirtschaft auch in dem nichtstaatlichen Bereich kaum noch sprechen kann. Das heißt also, wenn man sich mal fragt, wie viel Freiheit steckt da noch drin, dann steckt in den übrigen 40 Prozent vielleicht noch 20 Prozent Freiheit. Also haben wir eigentlich eine Staatsquote von 80 Prozent. Und das ist das, was die Sowjetunion hatte, eine Staatsquote von 80 Prozent. Ja, dann darf man sich allerdings nicht wundern, wenn die ökonomischen Konsequenzen dann auch eintreten. Er hat, war das klar. Er hat, wie gesagt, Kompromisse schließen müssen. Aber das Desaster, was sich dann daraus entwickelt, dass er diese Kompromisse schließen musste, um überhaupt die richtige marktwirtschaftliche Politik durchsetzen zu können, an einer Stelle irgendwann mal, nämlich Ende der 40er Jahre, dieses Desaster hat er zum Glück nicht mehr erleben müssen. Aber wir müssen es erleben und wir sind auch diejenigen, die da zur Korrektur aufgerufen sind. Ja, es hätte diese Beweisführung eigentlich gar nicht mehr benötigt. Mises hatte das auch in Human Action geschrieben. Er hatte ja viele Dinge in der Theorie vorher erklärt, die dann später in der Praxis sich manifestierten. Leben wir denn heute von der Substanz, die wir vor 1970, sagen wir mal, erarbeitet haben, auf Basis der marktwirtschaftlichen oder freieren Marktwirtschaft damals? Ja, also wir leben einerseits von der Substanz und wir leben andererseits von dem, was Roland Bader als den marktwirtschaftlichen Hilfsmotor bezeichnet hat. Also wir haben einen kleinen marktwirtschaftlichen Hilfsmotor, der hält das ganze Ding noch am Laufen, aber der kollabiert gerade. Und der kollabiert unter der Last hoher Energiekosten, unter der Last von Überregulierung, Bürokratisierung, Gängelung, unter der Last der Tatsache, dass niemand mehr in diesem Land planen kann. Marktwirtschaft und Unternehmertum setzen Planbarkeit voraus. Planbarkeit setzt voraus, dass die Rahmenbedingungen nicht vollkommen erratisch, willkürlich und aus heiterem Himmel verändert werden. Und niemand seit 1945, möglicherweise auch schon vorher nicht, niemand seit 1945 hat es geschafft, die Wirtschaft mit einer solchen erratischen Flut nicht vorhersehbarer, nicht angekündigter, nicht verständlicher, nicht nachvollziehbarer Maßnahmen zu gängeln und zu quälen, wie diese Bundesregierung. Nehmen wir beispielsweise das Heizungsgesetz. Als diese Regierung an die Macht kam, war natürlich klar, sie ist grünreligiös beseelt. Aber dieses Heizungsgesetz, sich einfallen zu lassen, ist schon ein Spektakel. Im Grunde genommen wurde der gesamte Immobilienmarkt, einer der wichtigsten Märkte in Deutschland, wenn nicht sogar der wichtigste einzelne Markt in Deutschland, der gesamte Immobilienmarkt wurde zerstört, wirklich buchstäblich zerstört durch dieses schwachsinnige Gesetz. Jetzt versucht man mit dem Lieferkettengesetz, die produzierende Industrie in einer Weise zu knebeln, die dazu führen wird, dass der Mittelstand die bürokratischen Kosten, die das auslöst, gar nicht mehr bezahlen kann. Das ist überhaupt nicht möglich. Wie soll das gehen? Das ist nicht durchführbar für einen Mittelständler. Für einen Konzern ist es noch durchführbar. Aber das ist ja gerade das. Die Konzerne werden bei der Regulierung immer bevorzugt, weil für sie die Regulierungskosten vergleichsweise noch überschaubar sind. Und der Mittelstand wird in eine wettbewerbsunfähige Position gedrängt. Natürlich ist klar, dass auch die Konzerne ohne einen funktionsfähigen Mittelstand, der als Teil ihrer Lieferkette fungiert, gar nicht existieren können. Aber so weit schaut natürlich diese Bundesregierung und dieser Bundeswirtschaftsminister und dieser Bundeskanzler nicht. Das übersteigt deren Horizont bei Weitem. Der wirtschaftliche Horizont dieser Bundesregierung ist mit dem Horizont einer Untertasse noch großzügig beschrieben. Ich glaube, dass es eher der Horizont eines Teelöffels ist, auf dessen Grund sie da stehen. Die Schubstangeneffekte ihrer Politik, die Spätfolgen und auch die unmittelbaren Folgen, durchschauen sie nicht, wollen sie auch nicht durchschauen und sind wie kleine Kinder, die aufstampfen. Und man sieht an ihrem Selbstbewusstsein, dass sie keine Ahnung haben. Denn man kann eigentlich die Regel aufstellen, umso größer das Selbstbewusstsein eines Politikers ist bei der Durchsetzung von extremen Maßnahmen, desto weniger Ahnung hat er. Hätte er nämlich Ahnung, dann würde er sich hinterfragen. Er würde sich zurücksetzen und würde sich mal fragen, hat das, was ich da tue, Folgen, die ich noch nicht voraussehen kann? Er würde vorsichtiger agieren. Er würde demütiger agieren. Das ist bei dieser Bundesregierung in keiner Weise erkennbar, sondern sie sind beseelt von dem Glauben, es zu wissen. Und dieser Glaube, es zu wissen, schöpft sich aus dem totalen Unwissen dieser Menschen. Ja, man wundert sich auch, dass die Menschen es akzeptieren, dass die Politik vorgibt, welche Technologie die passende ist. Und dass die Menschen eigentlich auch kaum erkennen, dass eine derartig große oder hohe Staatsquote schon dazu einlädt, eher politisch Lobbyismus zu betreiben, also politisches Unternehmertum zu betreiben, anstatt auf dem ökonomischen Wege eben durch ablehmbare Angebote die Menschen zu überzeugen. Und man sieht es auch sehr, sehr deutlich, ich weiß nicht, ob es schon eingeblendet ist bei dir, die Entwicklung der Subventionen. Das ist ja auch ein Punkt, der sehr, sehr klar zum Tragen kommt, immer mehr. Und das ist ja förmlich explodiert jetzt in der Kürze der Zeit. Und das, was du angesprochen hast, die Thematik mit dem Heizungsgesetz. Das hat zu einer Sonderkonjunktur geführt. Ich habe einen befreundeten Unternehmer, der Heizkessel herstellt. Und der hatte eine Sonderkonjunktur im letzten Jahr, als man davon sprach, dass dieses Gesetz kommen könnte. Also ein Boom, der dadurch erzeugt wurde. Der konnte dem gar nicht Herr werden, weil er nicht genug Mitarbeiter, nicht genug Teile hatte. Und dann hatte man das ja wieder hinter die nächste Wahl verschoben. Und dann brach der Boom in einen Bast um. Und dann ging er von der Überbeschäftigung in die Kurzarbeit. Das mal so by the way. Aber was sagst du zu der Entwicklung der Subventionen? Wir machen mit dem Herrn übrigens auch bald noch ein Interview. Also der ist bereit, hier mit seinem Gesicht zu stehen und zu sagen, was da falsch läuft. Das nochmal so am Rande. Also Subventionen, wie du weißt, habe ich ja schon vielfach als Belohnung fürs Versagen tituliert. Und genau das sind sie natürlich auch. Ich habe es übrigens auch hier letzte Woche bei mir in der eigenen Wohnung gesehen. Also mein Vermieter hat gerade in diese Wohnungen eine neue Gasheizung einbauen lassen. Und zwar einfach deswegen, weil natürlich diese Gasheizung jetzt viele, viele Jahre halten wird und er dadurch nicht in die Not und Notwendigkeit kommt, diesen Schwachsinn hier einbauen zu müssen, der in diese Altbauwohnung dazu führen würde, dass man das ganze Parkett rausreißen müsste und der gleichen Dinge mehr. Also das hat er klug vermieden und insofern hat er so gehandelt, wie viele andere auch. Und dann ein zweites Beispiel für Subventionen und für Fehlsteuerung hast du gerade schon angedeutet, nämlich die Auswahl der Regierung für den Gewinner der Technologie. Also die Regierung bildet sich ein, besser entscheiden zu können, welche Technologie der Gewinner ist als der Markt, was natürlich eine komplette Anmaßung des Wissens ist. Es ist eine Arroganz der Macht und besonders deutlich ist es jetzt dieser Tage wieder mal hervorgetreten beim Thema Elektromobilität. Daimler-Benz hat ja letzte Woche verkündet, dass man die Produktion von Elektroautos einstellt. Eine sehr kluge Entscheidung, nach meiner Überzeugung viel zu spät, aber es ist trotzdem eine kluge Entscheidung, die zeigt, dass es sich hier um eine Totgeburt handelt. Und ich habe schon vor 15 Monaten auf Twitter gesagt, es wird sich jetzt bald zeigen, dass diese Technologie eine Totgeburt ist, dass sie ein riesiges Milliardengrab an Subventionen und Fehlinvestitionen durch die Automobilindustrie ist, dass diese Milliardensubventionen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie nachhaltig beschädigt haben werden. All das war klar, es war vorauszusehen, es war logisch und zwar deswegen, weil die Politik eben nicht in der Lage ist, den Gewinner vorauszusehen. Im Gegenteil, die Politik sucht sich mit Treppssicherheit die Verlierertechnologie raus und subventioniert diese dann, weil sie weiß, dass sie ohne Subventionen ja sich am Markt nicht durchsetzen könnte. Und wenn sie sich am Markt nicht durchsetzen kann, dann ist sie eben die Verlierertechnologie. Und die Elektromobilität zusammen mit der ganzen Energiewende, das sind die großen Verlierertechnologien, die nur deswegen überhaupt da sind, weil Lobbyarbeit, Politik und Korruption Hand in Hand sie befördert haben. Und so läuft es immer. Und so wird das Vermögen der Menschen verbrannt. Sie zahlen Steuern. In dem Glauben, dass sie einen Beitrag fürs Gemeinwohl leisten, in Wahrheit wird es korrupt abgegriffen. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr bereit bin, Kompromisse zu schließen bei Fragen wie wirtschaftspolitischer Programmatik, sondern weil ich, warum ich ganz klar sage, es muss dieser Sumpf ausgetrocknet werden. Und dieser Sumpf wird am besten dadurch ausgetrocknet, dass man eben das Geld wegnimmt. Und das Geld nimmt man eben am besten dadurch weg, dass man eben die Infrastruktur wegnimmt, um die Menschen zu berauben. Steuern bleiben Raub. Und es zeigt sich, umso mehr, dass es Raub ist, je deutlicher den Menschen klar wird, für was es und für welche korrupten Schematas ausgegeben wird. Ja, und ich würde erlauben mir anzufügen, dass Subventionen eben auch die Wirtschaftsrechnung unterminieren. Das heißt, sie erschweren sie, sie verhindern sie. Genauso wie das Geldwesen eben auch die Preissignale verwässert. Und dazu kommt es eben zu einem gestörten Wirtschaftssystem, kann man sagen. Das hat Roland Bader auch so schön ausgeführt, dass er gesagt hat, der Blutkreislauf einer Marktwirtschaft ist verseucht, wenn man eben ein Fiat-Geldwesen hat. Und die Subventionen tun ihr Übrigstes, indem sie eben Branchen profitabel erscheinen lassen, die es eigentlich gar nicht sind. Und so werden die Menschen eben dazu gezwungen, oder ich habe das auch oft gehört, ja, kauf dir doch auch so ein Elektroauto. Ich habe da so und so viel vom Staat bekommen. Und dann erklärt man den Menschen, ja, wie viel, wenn du 5.000 bekommst, dann muss wer anders um mindestens 10.000 erleichtert werden. Aber das ist der Punkt, dieser Erkenntnisgewinn, der muss sich erst in der Breite einschleichen, dass die Menschen es verstehen, dass sie eben durch die Subventionen oder durch diese Prämien, das gibt es ja auch mal tolle Begrifflichkeiten, eben bestochen werden, in gewisser Weise korrumpiert werden und sich dann eben anders verhalten, als sie es tun würden, wenn es eben normale Marktpreise geben würde. Ja, und dazu kommt natürlich, dass dieses Ich-habe-vom-Staat-bekommen auch eine komplette Illusion ist. Ja, eben, der hat kein Examen. Das ist ja so, wer sich ein Elektroauto gekauft hat für, sagen wir mal, 50.000 Euro und 5.000 Euro vom Staat bekommen hat, der stellt dann fest, dass im ersten Jahr das Elektroauto 30 Prozent an Wert verliert, also 15.000 Euro, während ein normales Fahrzeug in diesen Tagen nur 10 bis 12 Prozent an Wert verliert, also 5.000 Euro. Das heißt, er hat im ersten Jahr abzüglich der staatlichen Subvention schon 10.000 Euro draufgelegt. Es ist eine komplette Einbildung, eine Illusion, eine Fata Morgana, eine Verdummung der Menschen zu glauben, dass irgendeine staatliche Subvention sie reicher macht. Das Gegenteil ist wahr, weil dieses ist die schlechte Technologie. Es gibt deswegen praktisch keinen gebrauchten Wagenmarkt für Elektroautos. Sie ist auch übrigens viel umweltschädlicher und sie ist auch, wenn man denn den Klimaunsinn glauben würde, wäre die CO2-Bilanz dieser Fahrzeuge auch schlechter als die von Verbrennermotoren. Und zwar, weil angeblich ist ja zwar nach vier Jahren diese Bilanz positiv, aber vier Jahre halten die Dinger ja nur. Das heißt also, man kann es vergessen. Das ist alles eine Augenwischerei. Es ist ein Subventionsgrab und ein Korruptionsgrab. Ja, und man misst eben am Auspuff und nicht die komplette Wertschöpfungskette, wenn so ein Gerät hergestellt wird. So ist es. Ja, kommen wir zur Finanzlage in den Kommunen. Also selbst Kommunen, die früher gut dastanden, haben heute Probleme. Wie würdest du dich dazu einlassen? Und auch da breche ich ganz deutlich die Lanze für die Bürgermeister, die so in den Regionen sind, weil die auch wirklich ja mit dem Gesicht vor den Menschen stehen, sich dafür zu verantworten haben und teilweise natürlich gar nichts dafür können, was ihnen top down aus Brüssel und Berlin übergestülpt wird. Wie beurteilst du die Lage? Natürlich jetzt auch im Zuge der wirtschaftlichen etwas rezessiven Phase, die wir jetzt haben. Etwas mehr. Ja gut, die Gemeinden sind jetzt in der Klemme zwischen zwei Zangen, zwischen zwei Zangengriffen. Die eine Klemme ist die Einnahmenseite. Natürlich führt jetzt die Pleitewelle und die Pleitewelle ist ja nur die Spitze des Eisberges. Hier kommen die Zombies jetzt zutage und gleichzeitig der Rückgang der Gewinne der nicht pleitegehenden Unternehmen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Unternehmen, die pleite gehen, die zahlen keine Gewerbesteuer mehr und die anderen zahlen weniger Gewerbesteuer, weil sie einfach weniger Gewinn machen. Und das bringt die Einnahmen auf der kommunalen Ebene jetzt massiv unter Druck. Gleichzeitig hat man den Gemeinden alle möglichen Kosten auferlegt, für die sie nicht verantwortlich sind, was im Grunde genommen eigentlich schon auch eine Schweinerei ist. Denn derjenige, der zahlt, der sollte auch entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Man hat den Gemeinden Millionen Flüchtlinge aufgedrückt, deren Kosten komplett explodiert sind. Das ist überhaupt nicht mehr übersehbar, was hier an Kosten entsteht für Menschen, die hier reinkommen, ohne die Absicht haben, hier zu arbeiten, die hier reinkommen und die Absicht haben, unser Sozialsystem zu nutzen und nichts sonst. Und wer den Mund dagegen aufmacht, wird zum Nazi erklärt. Wer als Gemeinde den Mund dagegen aufmacht, kriegt es mit der Gemeindeaufsicht und der Behördenaufsicht zu tun. Das sind alles Dinge, die zu riesigen Kosten führen. Dazu kommt, dass wir über Jahrzehnte die Infrastruktur vernachlässigt haben und dass jetzt die Gemeinden davor stehen, dass ihre Infrastruktur verrottet ist zum großen Teil, dass der Investitionsstau riesig ist und nirgendwo das Geld in Sicht, um diesen Investitionsstau zu schließen. Und das natürlich wiederum führt dazu, dass die Abwanderung, die durch die falsche Politik der Bundesregierung jetzt auf immer neue Höhen getrieben wird, natürlich durch die schlechte Infrastruktur, noch verstärkt wird, was weiter an der Steuerbasis zehrt. Das ist ein Zirkulus Viciosus. Das lässt sich ohne einen grundlegenden Kurswechsel der gesamten Politik auf Bundesebene, Länderebene und Gemeindeebene nicht bewältigen und korrigieren. Und diese Sache, die führt jetzt zum Schwur. Da können die Herrschaften, die der Meinung sind, dass ich mit meinem Timing bei der Prognose dieser großen Krise daneben gelegen habe, zetern und mordio schreien, wie sie wollen. Die Stunde der Wahrheit ist jetzt da und die wird jeden Tag ein bisschen schlimmer. Und ich schaue mir das mit Amüsement an. Ja, es geistert ja auch die Diskussionen durch die Runde, dass man eben mit einem Schuldenschnitt arbeitet oder die Schulden der Kommunen halt sozialisiert, dass man sie halt dann, ja, dass die belohnt werden, die schlecht gewirtschaftet haben und die gut gewirtschaftet haben oder besser, dass die eben gleich fahren dann. Und dass also da auch wieder falsche Anreize gesetzt werden. Das ist natürlich wieder das übliche planwirtschaftlich-sozialistische Thema, kollektivistische Thema, muss man sagen. Das übliche Missverständnis. Das übliche Missverständnis dieser Politiker, dass sie glauben, dass Ökonomie die Wissenschaft der Töpfe sei, die nur neu umverteilt werden müssten und nicht verstehen, dass die Ökonomie die Wissenschaft der Anreize ist. Die Anreize, die sie mit ihrer Topfwissenschaft setzen, die werden immer schlechter und immer adverser und immer dümmer. Und sozialisiert sind diese Schulden ja sowieso schon über Haftungsmechanismen Richtung Länder und Richtung Bund. Ja, also am Ende haftet ja der Steuerzahler sowieso insgesamt. Was mir völlig unverständlich ist, ist, wie man zum Beispiel eine Kommune wie Berlin weiterhin so subventionieren kann, wo einem die Verschwendungssucht an jeder Straßenecke anspringt. Ja, wenn man sich anschaut, wofür diese Stadt Geld hat, dann fragt man sich, wie tief muss man sinken und wie schamlos kann man sein, um dann das Händchen aufzuhalten und alle anderen anzubetteln. Ja, es ist einfach nur noch bitter, wenn man sich anschaut, wie diese Stadt und wie andere Städte, die schlecht gewirtschaftet haben, ihre Würde ablegt. Ja, deshalb ist marktwirtschaftliche Bildung so wichtig, deswegen ist es so wichtig, dass die österreichische Schule in die Breite kommt und deine Tochter unternimmt auch einen Versuch, sie lässt sich aufstellen, parteilos bei der Europawahl und der Philipp Lengsfeld hat das lanciert, er ist also der Ideengeber. Vielleicht magst du da auch noch mal ein, zwei Worte zu verlieren, der Horst Lüning hatte, das auch schon in seinem Video kürzlich thematisiert. Herzlichen Dank an den lieben Horst, der uns immer kräftig unterstützt. Ja, was hat deine Tochter vor und wie freiheitlich ist sie? Also meine Tochter ist, wie soll ich sagen, libertär bis auf die Knochen, in diesem Sinne ganz meine Tochter. Sie hat natürlich noch nicht den gleichen libertären Bildungsgrad wie ich nach 60 Jahren Selbstindoktrination. Ja, das ist natürlich auch noch ein bisschen Wegstrecke zurückzulegen, aber sie hat hoffentlich einen halbwegs vernünftigen Berater in der Familie, der sie da unterstützt. Philipp Lengsfeld hat dieses Aktionsbündnis Demokratie auf den Weg gebracht, was keine Partei ist, sondern ein Verein, der also, wo man parteilos eben kandidieren kann für das Europaparlament. Wie die meisten ja nicht wissen, gilt bei den Europawahlen kein Parteienprivileg. Das Parteienprivileg ist ja eine spezifisch deutsche Angelegenheit und sorgt dafür, dass die Parteien unter sich bleiben in der Vermachtung dieser Gesellschaft und dieser Republik. Auf Europaebene gilt das aber nicht. Da kann man kandidieren, ohne in einer Partei zu sein. Ich habe meine Tochter dazu ermutigt, weil ich der Meinung bin, dass wir mehr libertäre Stimmen im Europaparlament brauchen. Auch wenn ich natürlich durchaus auch der Meinung bin, dass eigentlich dieses Europaparlament grundsätzlich reformiert oder gar abgeschafft gehört, weil Europa sich Vollmachten anmaßt, die ihm nicht zustehen, laut Verträgen. Aber solange die Machtverhältnisse so sind, wie sie sind, muss man sie auch von innen entsprechend angehen und die Arroganz der Macht und die Anmaßung des Wissens auch auf europäischer Ebene von innen bekämpfen. Das geht eben nur, indem man an dem System in der Weise teilnimmt, dass man so ein Amt anstrebt. Und jetzt schauen wir mal, wohin das führt. Ich darf an der Stelle mir erlauben, Sie alle einzuladen, diese Liste durch Unterschriften zu stärken. Es werden 4.000 Unterschriften müssen gesammelt werden, damit diese Liste kandidieren darf. Auch ohne Parteienprivileg ist das notwendig. Und wer auf meine Twitter-Seite geht oder auf die meiner Tochter, admelissaesra1, esra mit S, der findet dort den Hinweis, wo er da die Unterschrift leisten kann und wie das Ganze geht. Das ist ein bisschen ein kleiner bürokratischer Prozess, aber es ist auch so aufwendig auch wieder nicht. Und da möchte ich Sie alle einladen, machen Sie das, damit wir da im Europaparlament eine starke libertäre Stimme etablieren können. Ja, und man kann da auch gerne an Ron Paul erinnern, der es halt geschafft hat, allein durch seine Kandidatur wirklich auch unsere Ideen, die freiheitlichen Ideen zu popularisieren. Das darf man gar nicht klein genug aufhängen. Was natürlich, was man sagen muss und deswegen jetzt der Verweis zur Atlas-Initiative, was jeder vor Ort, jeder Einzelne tun kann, was an Aufklärungsarbeit notwendig ist, was an Vernetzung notwendig ist, dass wir eben Wirkungsgrade haben, oder dort ansetzen, wo wir wirklich Wirkungsgrade haben. In der Politik sind wir da mehr oder minder machtlos und die Macht stellt sich oder vereinnahmt sehr gerne die Sache. Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zur Atlas-Initiative und was jeder vor Ort in den Regionen tun kann. Das wäre vielleicht nochmal zum Abschluss für unsere Mitglieder auch und für die potenziellen Mitglieder sehr wichtig. Ja, sehr gerne. Also die, die noch nicht Mitglied sind, die lade ich natürlich ein. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Die Atlas-Initiative ist nach Lage der Dinge und auch nach dem offensichtlichen Scheitern des Versuchs, eine Partei zu etablieren, die hier mehr bewegen hätte können in Deutschland. Aber die Atlas-Initiative ist nach diesem, nach dem Sachstand die größte freiheitliche Organisation außerhalb des Parteiensystems und innerhalb des Parteiensystems finden wir ja keine wirkliche, jedenfalls keine Libertäre mit Reichweite und Wirkungskraft. Und deswegen lade ich Sie alle ein. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Verteidigen Sie dort die Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Das sind die Säulen, auf denen eine freie Marktwirtschaft steht. Und diejenigen, die schon da sind und die schon Mitglied sind, nochmal meine Bitte, organisieren Sie sich verstärkt in den Sektionen. Die Sektionen haben jetzt alle organisatorischen Mittel in die Hände bekommen, die sie brauchen. Es gibt mittlerweile Sektionsleitertreffen, Sektionsleiterkoordination. Man kann von den erfolgreichen Sektionen lernen, die sich schon länger etabliert haben. Engagieren Sie sich dort, gehen Sie auf die Meetings, machen Sie Veranstaltungen, vernetzen Sie sich und werben Sie neue Mitglieder ein. Denn umso größer wir werden, desto mehr Schwungwasser haben wir beim Durchsetzen wirklich freiheitlicher Ideen in Deutschland. Ja, ein tolles Schlusswort. Lieber Markus, vielen Dank an dich. Ich möchte da vielleicht einfach nur ergänzen, dass es eben wichtig ist, dass der Boden in Deutschland bereitet ist, dass er mit den wichtigen und besseren Ideen angereichert ist, um in den Worten von Ludwig von Mises zu bleiben. Und darum geht es eben bei uns auch, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, dass wir die österreichische Schule in die Breite bringen. Das werden wir weiterhin tun. Insofern werden Sie Mitglied, unterstützen Sie uns, abonnieren Sie unsere Kanäle, teilen Sie dieses Video und alle anderen natürlich auch, die Ihnen zusagen. Und wir verabschieden uns für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Herzliche Grüße von mir an alle und auf bald. Herzlichen Dank. – Às – – Untertitelung des ZDF, 2020